So, hi Leute und willkommen zu Legend of Sider Ocarina of Time. Und wie man jetzt schon hier sehen kann, bin ich... Ja. Hier oben habt ihr noch Tore des Schattens gespielt, sonst kommt man hier nicht her. Und wir machen jetzt den Schattentempel. So, da haben wir dich ja. Dich brauchen wir jetzt. Jetzt müssen wir alle Facken hier anzünden. Und die Sprung brauchen wir auch. So, was nehmen wir jetzt? Oh, das können wir jetzt erstmal so lassen. So, die Fernlinke, da bist du ja. Bisschen leichter, das kommt hier so. Oder es liegt da dran, weil... So, dürfte das jetzt viel besser sein. So, ja, jetzt müssen wir hier das Ding schieben. Oh. Also, zu dem hier. Blablabla, ja. Das musst du uns nicht sagen. Das wissen wir. So. Ja, aber das können wir erst hoch, wenn wir... Die Dings haben... Die Stiefel... Die Stiefel... Diese habe ich uns hier. Die Stiefel... Die Stiefel... Die Stiefel... Die Stiefel... Die Stiefel... Der Schattenteppi, ihr Ruhen, Hyrus, blutige Zeugnisse von großer Gier und blinden Arsch. Nicht sehr vertrauenserweckelnd. Also eine kleine Mumie als Wächter. Und das soll mich jetzt einschüchtern. Hui, ein paar Fledergummis. Ich hab jetzt total Angst. Peter, Mandy und ich kriegen den Lolli nicht auf. Kannst du dir mal für Mandy aufmachen? Ja, ja. Also du musst kämpfen. Mandy und ich kriegen den nicht auf. Hm, nein, los. Das war wohl nicht möglich, oder? Ach, der ist da. Hm, hab ich ja gleich wieder Folien. Hm, hab ich ja gleich wieder Folien. Hm, ne, ne. Oh Alter, warum macht der Flügel, äh, Flügelkubi mit so einer, äh, Ärger? So, jetzt reicht es nicht. Ah, wie ist immer noch so cool oder was? Weiß nicht, entweder die Karte der Kompass müsste das hier sein, Die Stiefel glaube ich noch nicht, das ist zu früh. Juck, die Karte hat das. Darf ich die dazu setzen? Mhm. 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 Was ist das jetzt? Das ist auch mit der Wahrheit. Dann kann ich die Weingräume drauf decken. Aber gibt es keine in dem Raum anscheinend. So. Immer mit dem Raum der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was von der Dunkelheit nur süß ist. Ja, wir wissen es. Ja, gar nicht. Nee. Es ist nur dieser Raum da hinten. Da müsst ihr jetzt die Schwebestiefel bekommen. Den kennen wir ja. Sind das Hände? Ja, von dem trägt es Fieder. Freid dich mal. Und der geht hier viel einfacher als... Der hat aber viele Hände. Oh, die Flossen nerven! Bleibst du hier? Hallo Feiglin! Musst du den am Kopf treffen, oder was? Ja, der macht den immer dann so runter. Oh, du bleibst wie Hände. Ist das fies. Na los, komm runter mit dir. Ich hab hier das Bikuron-Schwert und das zieht mehr als das Master-Schwert. Das Master-Schwert ist zwar stärker als das Fogiri-Schwert, aber das Bikuron-Schwert ist noch stärker. Und hier müssen jetzt die Eisenstiefel sein, beziehungsweise die Schwebestiefel viel mehr. Ich wollte grad sagen, die Eisen hast du doch schon, oder nicht? Die Gleitstiefel mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über dem Boden. Ist ja auch geil, ne? Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren ab. Hab Mut und vertraue den Stiefeln. Zieh die mal an. Die muss ich gleich anziehen. Das Problem ist, an diesen Stiefeln ist, wenn ich die anhabe, es fühlt sich so an wie... Wie soll ich sagen? Ähm... Wie... Ähm... Non picked up the� healthier, slighted look Ich sage nur gleich mal, wo ich rein kam PIP. 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 Er ist knapp bemessen. das ist so bei der esspassung haben sie es etwas besser gemacht und BOOM Normalerweise muss da vieler hinüber sein aber jetzt nur die Leber so vieler hinüber so vieler hinüber Ja, da! Ich probiere es jetzt. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch da. Da ist er. Oh, das hat noch. Fast gekippt. Das war damit du da die Tür hier öffnet frisst? Hm? Das war damit du da die Tür hier öffnet frisst? Ja. Da gibt es viele solche Dinger in die Palette. Da müssen kleine Schlüssel jetzt drin sein. Ja. 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 Da komme ich ja noch nicht. Da muss ich erstmal den Block. Das ist nämlich die Abkürzung. Wenn man spalt hat und man ist wieder reingegangen, war das hier immer die Abkürzung. Ja. 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 Das gibt es ja auch noch. Ich denke, ich hätte es mal getroffen. Das sollte jetzt der Kompass sein. Bei diesem Eke hat die Drecksfiecher, wenn die einen erwischenden Würmse einrichtet. Und gleich haben wir den Kompass. Ja, der ist jetzt der einzige, der noch übrig ist. Hier heißt doch Bombe. Bombe! Ja, dafür brauchte ich ja den kleinen Schlüssel. Das war fies. Ja? Mhm. Ja. Dreh ihn um! Nicht noch mal! Na komm runter. Ich seh den Schatten nicht. Hey! Der nimmt so, weil er es nicht anders will, ja? Der nimmt so, weil er es nicht anders will, ja? Der nimmt so, als wäre es wie eine Kakerlake, er dann. Der hat mich anders schiebt. Die Mutine, ey. Der nimmt nicht nur da dran, das sind auch welche. Alter! Naja, es ist ein Geistertempel und... Naja, es ist ein Geistertempel. Achte auf die Schatten der Kreatur, die an der Decke hängen! Ach ne! Bissin spät, wa? Ja! Er meinte ja nicht die Feature. Damit meinst du die Dreh in den Dreck sind, da. Alter, sind wir vielleicht mehr mal hintereinander hier. Hau! Das ist tief. Kannst ja ja nicht stehen bleiben, um den nächsten Sprung zu machen. sowie .... ... ... Auch hier hinten wieder Film. Soooo. Hm! Das war lecker. Warte! Warte! Hau! Ernsthaft, lockt der Wörtliche und lasst mich von so einer kleinen Dreckspende besiegen. Der Hinterraller muss gleich weiterspringen. Na los, komm raus da! Alter! Schwäschling! So, jetzt kommen die Stiefel wieder. Der Hinterrall hat mich aber auch. Was? Ja, ich dachte immer, dass du lange durchgekommst. Ich kann zaubern. Ja. Jetzt bist du schon wieder da hinten. Also, der wieder da hinten rauskommt. Ziemlich. Auf dein Schichtgelog. Wie ist das denn? Da ist sie da! Muss das viel sonst sein?! Ja, das macht das Ziel ständig. Kann ich auch bei der grünen Rüstung einlassen, weil ich brauche ja die rote noch die blaue. Die ändern ja nichts an der Verteidigung, die bleibt ja. Der einzige Unterschied zwischen die grünen und die farbigen ist, dass mit der einen kannst du unter Wasser atmen, mit der anderen kannst du große Hitze überstehen. Das ist aber das Einzige, was da mit diesem Rüstung ist. Ich weiß. So, sie haben Öffnet die Space ab. Hymne der Zeit. Vogelscheiße ist da auch überflüssig. Also kannst du nur die Hymne der Zeit sein. Bei Vogelscheiße ist es überflüssig. Ah, eine Spicola. 51. Dann findet es nur noch 49. Und mich ist jedes Mal, wenn ich dann bei der Eidu vorbeischaufe. Das war eine Brubine. Eine unsichtbare Truhe war das. Pfeile, willst du mich veralbern? Ne, das war nur dort. Ja. Und ernsthaft dafür. Äh, ne, oder? Ja. Hier ist immer noch so geil, oder? Wachst du keine Dreck zu? Kommt doch immer noch vorbei, ne? Kommt sich nicht festhalten. Dann kommt der hier süßlich festhalten. Das ist ja auch so geil. So, diesmal nehmen wir die Schwebenschuhe, weil ich erkenne auch viel Zeit auf die Regelnummer. So, diesmal nehmen wir die Schwebenschuhe, weil wir die Schwebenschuhe haben. So, diesmal nehmen wir die Schwebenschuhe. So, diesmal nehmen wir die Schwebenschuhe. So, diesmal nehmen wir die Schwebenschuhe! Und dann Ouch 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 Aua Und gleich wieder out Ouch Da geht's doch Oh, wie soll ich das schon wieder gewusst scheiße Meine Bombe weg, weil ich mich ja nicht selber in der Luft kriege habe Ah, das Das wiederum Ja, du kannst noch weiter so rumziehen Dich hole ich mir 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 Ich lebe das Hm, komm ich doch nicht so ran. Und wieder einer. Das ist einfach nur geil, wenn... ...man alles gleich holen kann. Wenn man alle Sachen hat, die man braucht. Dann kann man immer alles gleich holen. Ich finde es cool. Ja, und Lüfter. So, jetzt müssen wir nicht starten. Dann ist es doch gut. So. Wop, wop, wop. Äh, mal schön ruhig. Sonst machen die nur aus der Schweizer Käse die Dinger. Boah, ernsthaft? Wieso falle ich da immer runter? Hm, da ist ja die einfachsten Räume. Die verbrauchen Haufen Zeit. Ist bei mir immer so. 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 ... So. 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 Und ist auf. Ja. So, jetzt haben wir hier alles. Ein paar jahre. Skutula und her zum nächsten Raum hat sich gelohnt. Oder ein kleiner Schlüssel. Ja, ich habe nur einige zu machen. Aber das machen wir im nächsten Let's Play. Hier ist alles. Auch alles. Erster Stock ist fertig hier. Da muss noch ein wenig die anderen zwei Räume. Ja, hauptsächlich die Etage 4, wo ich jetzt so bin. Hier, dann möchte ich sagen, danke, dass ihr so geschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann einfach mal fett reinhauen und tschüss. Aber dann vorher abspeichern. Jopp. Und hereinhauen. Das war's. Und hierinhauen. Gut. Und hierinhauen. Dann machen wir das.